Moin und Hallo aus Mahle, Nordrhein-Westfalen. Hier ist unser zweiter Straßenpreis im Mai gefallen. Wir haben strahlenden Sonnenschein. Check, ein Blumenstrauß. Der perfekte Tag für unsere Gewinnerin. Hallo! Hallo! Sie freuen sich ja schon. Reicht der Blumenstrauß? Wenn ich Sie sehe, freue ich mich auf jeden Fall. Das ist aber lieb. Ich habe erstmal diesen gigantischen Blumenstrauß für Sie. Sehr schön, danke schön. Dann müssen Sie den Strauß jetzt auch gerne mal kurz entgegennehmen. Die Dame des Hauses hat nämlich die etwas wichtigere Aufgabe. Und zwar den Scheck hier aus dem Abschlag zu ziehen. Das mache ich gerne. Dann machen Sie mal. Oh mein Gott! Wahnsinn! Ah, super! Ja, gut. Ich freue mich. Ja, schön, ich auch. Super, schön. Ich war total überrascht. Und ich war aufgeregt. Ich wusste nicht, was passiert, bevor ihr gekommen seid. Ja, jetzt alles gut. Klasse. Meiner. Ihrer. Das war Marle May. Und sie würde ich gerne als nächstes besuchen. Viel Glück! Ich habe immer an den Postcode geglaubt. Immer. Immer schon. Ich hoffe, ichciochef von mirts看 es nicht a wild. Also, wie nicht. Also, wie ist es? м fluffy-nie-nug. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.